Meine sehr geehrten Damen und Herren, hier ist noch eine Weltpremiere, das neue BMW M6 Coupé. Sportlichkeit ist und bleibt der Kern der Marke BMW. Mit BMW M bringen wir seit 1978 Motorsportfeeling auf die Straße und der Erfolg, meine Damen und Herren, gibt uns recht. Im vergangenen Jahr hat die BMW M GmbH über 19.000 BMW M Automobile verkauft. Das sind fast 13% mehr als 2010 und mehr als der Wettbewerb.